Guten Morgen zusammen im Rahmen des ARRU Sommerprogramms gibt es seit der Mittwoche eine Prüfung auf einen Jeitsiberg auf Jeitsinnen. Und was nur zu sagen ist, die Luftzehrbahn im Prüf auf Jeitsinnen feiert dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum. Und was gibt es für einen besseren Grund, als mit einer schicken Kabine am Prüf auf Jeitsinnen zu kommen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Ja, wir sind hier aber auf der Oberfaisil, wir sind hier rund 2,5 Stunden, 2 Stunden erbrief gelaufen, ja nicht ganz. Wir sind nämlich, haben das Auto ein Stückchen erbrief gelaufen, sind in dem letzten Abschnitt rund 1 Stunde erbrief gelaufen und ich muss ehrlich sagen, es ist einfach der Räumhaut hier oben. Die ganze 16,4 Tausiger sieht man hier bei guter Sicht und ich muss sagen, unten, auch wenn ich im Nebel war, sind wir völlig lange gegangen, bis wir aus dem Nebel sind, aber jetzt, wenn wir in unserem Nebel sind und die Bargaxe sehen, die Landschaft, die Oldhütte, die Kühe, hey, los geht's schön.